Hi, ich bin der Günther, ich war Söderbude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Kirby Star Lies. Wir machen heute weiter mit diesem Bonus-Mode, den wir letztes Mal begonnen haben. Immer noch mit Elektro. Wir haben hier ja keine neue Wahl mehr. Ja, dementsprechend, wir sind noch in Level 1, haben den Checkpoint erreicht. Fünf Level gibt's offensichtlich, also wirklich ein Level, eine Welt. Zumindest schätze ich das mal, weil das Finale als eigenes gezählt hat letztes Mal. Und man behält die Herzen wirklich übers ganze Level, auch wenn man mittendrin abricht. Es heißt, wir haben noch einiges an Speed, Defense und Angriff. So. Vor allem der Speed macht diese Passage irgendwie ein bisschen arg, einfach, würde ich behaupten. Ganz krasse Gegner, weil ich halt einfach in alles reinrennen kann, wegen meiner Angriffskraft. Und jetzt bekomme ich noch mehr. Kann man dem Felsen irgendwie, oder dem Stein, ja, kann man ausweichen. Dann sehen wir ja, was hier drinnen ist alles. Und Mann, Mann, sind das gute Items. Ja, genau. Ja. Dann haben wir jetzt ein Verteidigungsherz weniger, aber... Ich mein, brauchen wir das? Ich seh's ehrlich gesagt nicht. Wir sind stark genug, um hier gleich was reißen zu können, wenn es gleich zum Boss dieser Welt geht. Vorher aber ein paar normale Kegs. Ja, lieber aufpassen. Könnte ja ein Boss sein, der da sporkt. Die Boss sind noch schwerer in diesem Modus. Das ist schon krass. Weil die schon im Main-Game so schwer war. Dann nochmal. Ja. So. Die One-Ups sind relativ schnuppe, weil wir werden sowieso wieder nur ein, zweimal sterben. Ich glaub zumindest, es gibt ja auch Freundesgarten-Passagen. Und bei denen... Im Blut. Ach, wow. Und jetzt hab ich ein Death-Gager-Ziemlich-Viel-Damage-Tigger bekommen. Äh, ich hätt grad ganz gern noch ein bisschen Heilung. Ne Doppeltür gab's im normalen Finale der Welt nicht, oder? Wär mir zumindest sehr neu. Ne, obwohl, ja... Beeilt euch... Stimmt. So, ähm... Ne, das sah nur aus wie eine Tomate, war aber eigentlich ein Herz. Und damit sind wir dann auch gleich da. Diese Kampf-Passage gab's aber nicht, oder? Mann, krasse Gegner da drüben. Äh, hier stirbt alles. Wir haben aber alle ein bisschen arg... Okay, okay, wir bekommen jetzt noch... Ja, das einzige Herz, das wir in dieser Stage nicht bekommen haben, war das eine Defense-Herz, das da vorhin runtergefallen ist. Aber ich geh mal stark davon aus, dass wir auch ohne klarkommen. So, der Boss der Welt ist immer noch derselbe. Nur, dass er wahrscheinlich noch einfacher ist. Ähm, ja, wenn ich so auf die Leben gucke... Krass. Ach, steh doch nicht genau hier jetzt die ganze Zeit. Der ist gleich tot. Krasser Boss am Start. Ähm... Joa... Joa... Wir haben's gerade so auf die zweite Ebene geschafft. Joi... Wir sind Spam, können wir ihn uns mitnehmen? Behalten wir die Freunde? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ging jetzt doch sehr schnell. Noch einige Puzzleteile. Und damit ist Level 1 abgeschlossen. Und wir machen einfach weiter. Unsere Herzen sind weg. Die müssen wir neu sammeln. Unsere Freunde bleiben allerdings. Und... Freundesrat! Die beste Ability im ganzen Spiel! Spaß! Yay! Es heißt... Jetzt einfach gucken, dass wir nicht dumm sterben, weil die Ability so ein Kack ist, alter. Es ist halt sad, dass es hier gefühlt die einzige Möglichkeit in dem Spiel relevant zu sterben ist, abgesehen von ein paar Boss-Campen gerade in der Arena. Ui... Warum glaub ich... Ich find hier nen Herz! Oh, guck mal! Und wieder Geschwindigkeit als erstes! Geschwindigkeit findet man immer am schnellsten. Irgendwo ergibt es Sinn, muss man sagen, weil... Hilft einem einfach beim Vorankommen, aber... Ach stimmt, ich kann ja... Äh... Logischerweise auch unter Wasser Elektro nutzen, damit ich nicht komplett wehrlos bin. Na, dann... Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich die ganze Zeit so rein kann, als hätte ich noch nen Angriffs-Boost. Hab ich aber nicht mehr. So... Wann kommt der Große da? Und das erste Defense-Herz. Gefolgt von einem Puzzleteil. Es wird ein sehr durchmischtes Level, da es ja an Planet Pop angelehnt ist, in dem jedes Level ein eigenes Thema hatte. Ähm... Oh Gott, Unterwasser-Battle. Man kann... Oh Gott, man kann nicht nach oben angreifen. Und nach unten auch nicht. Man dreht sich immer zur Seite. Das ist Bullshit. Und nächstes Speed-Herz direkt. Speed ist immer das, was man am schnellsten hat. Das weiß ich jetzt schon. Ähm... Ja, dann weiter. Hoffentlich finden wir bald auch mal Angriff. Weil gerade hier unter Wasser habe ich das Gefühl, bin ich echt ziemlich hilflos. Unter Wasser ist Stecki keine gute Wahl. Gibt's hier oben irgendwas außer den Gegner? Nö. Dann bitte wieder über Wasser gehen. Wäre freundlich. Danke. Danke. Nö. Nicht Danke. Elektro ist für diese Stelle nicht gut, habe ich das Gefühl. Es ist unfassbar eingeschränkt. So. So. Boss-Piefe. Und wir haben noch kein Angriffs-Herz. Ich meine, wir haben Magolor und die, die, die und Baxi. Aber... Ja. Ehrlich gesagt, ich mag den Koch nicht, vor allem hier nicht. Aha. Oh. Ja, okay. Dann nehmt ihr das schon mal mit. Da ist das erste Angriffs-Herz. So. Eif-Passage. Ich hab's so gelesen, dass da jetzt ein großer rauskommt. Guckt mal, diese ganz krassen Gegner. Sogar die Großen sind easy one. Und schon das dritte Speed-Herz wieder. Die bekommt man so schnell. Angriff und Defense haben wir erst je eins. Weiter. Jeden. So. Definitiv runter. Das ist der eindeutig bessere Weg für mich. Und gibt's noch irgendwo ein Herz anscheinend? Nicht hier. Wir haben ein bisschen Nies wahrscheinlich. Aber, hm. Zumindest ist das an sich der Entwickler. Och Gott, natürlich. Von allen Dingen, die sie drin lassen, muss es die Brücke sein. So. Aber, da machen wir nicht lange hier. Sondern beenden das ganz schnell. Und bekommen dafür das zweite Angriffs-Herz. So. Und bevor wir weitermachen... Das, wo schon ein Heilraum war. Das ist ja sicher. Oder nee, das war ja gar nicht das, was kein Hallraum war, glaube ich. Auf jeden Fall war schon ein Secret so versteckt. Wir gucken mal aber anscheinend. Ah doch, doch, jetzt spawnt hier auch eine Tür. Was nochmal untermalt, dass es nur ein normales Secret und kein Hallraum ist. Was eigentlich schon da eindeutig war. Aber dann nochmal komplett unterstrichen. Ist sogar hier eingebaut. Wir holen das noch. Okay, wir müssen trotzdem noch eine Runde drehen. Aber wir haben es schon mal bekommen. Jetzt kommt ein Bosskampf. Bei dem sollte ich mich vielleicht ein bisschen besser anstellen als im Original durchdrehen. Weil ich noch weiß, das war einer der schlechtesten Minibosskämpfe meinerseits. Ja, er ist tot. Und wir bekommen als Belohnung. Gibt es dafür ein Herz oder ist denen das zu schwer? Es ist ihnen zu schwer. Es gibt nur einen ganzen Haufen Puzzleteile. Und ein paar One-Ups durch die Herzen, die halt nicht Status-Effekte geben. Ach so, hier ist schon der Checkpoint? Ja gut. Wir machen direkt weiter. So lange hat es nicht gedauert. Wir haben auf jeden Fall noch ein gutes Stück Zeit. Und Rennen durch. Oh ja. Die Stage mag die KI doch ganz gerne, weil die hier so gut ist. Es gab keine Station im Spiel, wo die Computer schlauer waren als hier. Die ganze Zeit haben die sich gefühlt selbst umgebracht. Nee, hier war nix. Und guckt mal, wer da hinten schon wieder dauerhaft in dem Scheiß drin fliegt. Die, die, die. Die, die gönnen sich alle heftig. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will hier nur schnell rot. Vor allem du sollst mich in Ruhe lassen. Ah ja, und hier war noch das schwere Secret. Gibt es hier statt einem Regenbogen-Puzzle-Teil einen Herz-Energie. Und irgendwie glaube ich, wir haben dieses eine Secret. Entweder wurde das rausgenommen oder wir haben es verpasst. Aber ich glaube, das wird rausgenommen, die Passage. Dann weiter geht's. Wir könnten jetzt auf die Plattform warten. Oder wir lassen es. Waxi hat sich da gedacht, bleiben wir mal wieder da drin stehen, wo wir Schaden nehmen. Und direkt das nächste Energieherz. Okay, das ging jetzt ein bisschen schnell. Vor allem hätte ich, wenn dann eher Angriff platziert, weil Energieherz war ja literally vor zwei Metern. Das nächste muss eigentlich auch wieder Angriff sein, wenn man es mal logisch betrachtet. Vor allem, es fehlt dann noch eins von jeder Sorte, weil es kurz vor Ende wieder ein, äh, wie eigentlich immer. Einen Herz gibt das jeden Wert einzartiert. Ja, das ging schnell genug. Zwei Bosse, krasse Sache. Ja, nee. Weiter. Hier bekommen wir ein Puzzleteil. Und das Speed. Die, die wollen mir keinen Angriff geben, glaube ich. Die wollen mir keinen Angriff geben. Wenn das nächste jetzt Energie ist, muss ich los. Geschwindigkeit kann es nicht mehr sein. Davon haben wir alle nur mal. Was? Was ist denn schon an? Wir müssen nochmal zwei Sekunden hier sein. Ein Angriffsherz, die gibt's noch. So, jetzt fehlen uns noch ein Angriff und ein Energieherz, bevor wir am Ende sehen. Ach stimmt, jetzt kommt hier noch was. Krasse Gegner. Was sollen wir nur machen? Die Passage hat nicht lang gedauert. Da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt das Secret, von dem ich geredet habe, ja noch. Hier ist allerdings nichts. Ja, okay. Und hier auch nicht. Und wir gehen auch wieder direkt zu Eis über. Nicht zu schnell machen am besten. Ich meine, dass am Ende Stacheln kommen, weiß ich. Aber vielleicht haben sie ja irgendwo ein Herz, äh, ein Statusherz, muss ich eigentlich sagen. Weil Herzen haben sie hier ja überall. Ein Statusherz haben sie vielleicht irgendwo hingesetzt. Ne, ne, die Passage ist auch schon wieder rum. Äh, 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 äh. Wie gab's das im Original-Level? Hui. Ja, mach doch mal. Weiter hoch. Wait, wann haben wir das vierte Energieherz bekommen? Bin ich dumm? Wann haben wir das vierte Energieherz bekommen? Ich seh das grad. Das heißt, uns fehlt nur noch ein Angriff. Hat kaputt Sorgen. Diese Gegner-Fassagen sind eigentlich echt unnötig. Wir frühstücken die halt nur noch. Äh. Ich glaub, wir haben ein Angriffsherz verpasst. Anscheinend. Ich weiß trotzdem nicht, wo wir das vierte Energieherz herhaben. Aber wir sind jetzt beim Boss. Haben das, äh, große Statusherz bekommen. Es fehlt ein Angriff. Wahrscheinlich war irgendwo doch dieses Secret-Anlage-Statt-Verarbeit verpennt. Das ist in der Lava mit diesem Schwertig-Bahn. Oh. Oder es kommt nach einem großen Statusherz noch random in einem Block. Das heißt, wir haben in dieser Stage alle gefunden. Gut. Beschwer ich mich definitiv nicht drüber. Dann. Kommt die Freundesstern-Passage noch? Nee, oder? Hätte ich ehrlich gesagt auch grad keinen Bock. Was mir dann auch auffällt. So. Machen wir es so. Und laufen nicht den Weg lang. Äh, ja. Diesmal. Diesmal versucht er gar nicht hier zum Schwertkampf. Er ist halb tot, Leute. Er ist halb tot, Leute. Ich schieße da wirklich blind durch. Er ist tot. Ja, gut. Man hat es wirklich geschafft, irgendwie die Bosse noch einfacher zu machen. Also dafür kann man die Entwickler nur beglückwünschen. Ja, ein Level schaffen wir noch. Mindestens bis zum Checkpoint. 25 Puzzleteile, yo. Dafür ist der Modus ganz gut. Gerade wenn man eben so ein Secret mitnimmt, wie wir da hatten. Ja, also ich denke mindestens bis zum Checkpoint kommen wir noch. Und in der nächsten Folge könnten wir den Modus dann abschließen. Auch wenn natürlich die... Okay, das kommt sehr drauf an. Stage 4 wird sehr sicher mit Abstand die längste. Es kommt natürlich drauf an, wie viel sie am Ende sich entscheiden, wegzukürzen. Aber... Deswegen wäre es auch schön, die dritte heute noch zu schaffen. Die fünfte dürfte dann für halt nur Bosskampf sein. Also wenn wir die dritte heute noch durchbekommen, dann wollen wir das sehr sicher nächste Folge. So, hier lang, hier lang, hier lang. Nebenbei natürlich Hausschau halten nach den Statusherzen. Auch wenn ich... Wenn ich eins verpasse, dann bin ich da auch nicht so sad drüber, ne? Ja, hier... Ich hab Elektro als Main. Und mal wieder Speed als erstes. 60 Sekunden in der Stage hat's gebraucht. Äh, wir aktivieren's gleich nochmal. Dann, weiter, 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 weiter. Schneller! So. Ich könnte mir Popstar mitnehmen, aber... Ehrlich gesagt... Wozu? Die Bosse sterben... Stimmt. Den kann man ja nicht als Freund haben. Ja, erstes Angriffsherz haben wir damit auch schon. Da oben hängt nur in einem Hüttelteil in der Ecke. So. Wir kommen bisher ganz gut voran hier. Und sind... Vorm ersten Bosskampf... Gegen diese zwei komischen Kegs. Boah, es ist... Es ist ungewohnt, dass ich jetzt wieder so langsam bin. So. Die beiden Einzeln natürlich mit komischen Kegs. Hat sich, denke ich, jeder denken können. Diesmal haben wir auch schon Angriffsherz. Vorm ersten... ...en Bosskampf. Da hinten kommt... Einer von den Kegs. Kriegt zwei Hits mit. Das war... Achso, der andere... Oh, der andere war schon tot. Die Bosskämpfe in diesem Modus sind... Reden wir nicht drüber. Reden wir einfach nicht drüber. Die machen... Die machen mich traurig. So. Dann weiter geht's. Rein in die Basis. Ich rieche schon, dass sie diese Passagen einbauen. Wo man sich einfach nur richtig hinstellen muss. Sonst wird man zerklatscht. Und ich mag solche Passagen nicht. Irgendwie sind die Muster, in denen die Gegner spawnen. Aber auch... Gefühlt immer die gleichen. Wir können das. Ja. Und da ist das erste Energieherz. Wir sind im Moment auf jeden Fall ziemlich schnell. Und... Äh. Ich will immer die Cutscene überspringen, bin aber dabei im Frame zu früh gefühlt. Und ja, das war's dann auch wieder mit der Passage. Sehr schwer. Pust. Bekommen wir, denk ich... Kein Statusherz, oder? Doch. Das muss doch ein Statusherz sein. Sogar zwei. Aha. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, wir nähern uns gleich gesagt schon im Checkpoint, wenn wir schon 2-2-1 haben bei den Herzen. Was ein bisschen sad wäre. Wir sind literally dreieinhalb Minuten in der Stage. Aber ich habe auch das Gefühl, wir kommen besser durch als bei allen davor. Äh, ich will nichts sagen, aber ich kann mich literally einfach hier hinstellen, wenn ihr den Checkpoint wegkommt. Und gleich das Nächste. Also hier geht's grad schnell. Nächste Kampffassage. Direkt noch eins. 3-1-3. Das geht sehr schnell. Und damit kommen wir auch zum ersten Bosskampf. Ja, kurz hier durchrennen. Äh, bekommen wir auch Heilung? Nein, weil das könnte mies werden. Wenn ihr mal so guckt auf die Leben. Andererseits, im Prinzip hat der Boss ja auch nicht viel mehr Boost. Wir bleiben in der Luft. Wir bleiben in der Luft. Ja, und haben gewonnen. Und wo kommt auf einmal das Essen her? Ähm, und ich hoffe, man hört das im Hintergrund nicht. Das wäre jetzt natürlich sehr praktisch. Okay, wir sind wieder ein bisschen aufgeheilt. Für den Boss gab's allerdings kein Statusherz. Wobei man sich da auch nicht drüber aufregen kann. Das wäre auch zu schnell. Trotzdem sind wir vermutlich nah am Checkpoint. Moment. So. Ich rechne inzwischen wirklich jede Tür damit. Die Herzensanzahl passt. Äh, die Zeit ist nun... Scheiße, ich hab nicht aufs Timing geachtet. Das war ein bisschen knapp. Ich hab verpennt, dass das eine Timingspassage ist. Und hätte dafür fast dick auf die Schnauze bekommen. Äh, hatte aber nochmal Glück. So, dann weiter hier lang. Geht doch nochmal ganz gut hier. Wir bekommen noch das. Hier ist der Checkpoint, ne? Wirklich? Wirklich nicht? Wir machen doch einen Bosskampf davor. Oder gibt's in der... Es gibt doch in jeder Stage einen Checkpoint. Wobei ich dann sagen muss, es ist der, der hier ein bisschen zu spät platziert für die Logik. Vermutlich kommt er nach dem Bosskampf, aber... Es ist wirklich toll, wie, äh... Wie schwer es ist, diese Bosse in den Rage-Mode zu bringen. Ah, damit kann der einen ja so... Äh, kann der einen ja so mitnehmen. Ja gut. Aber auch nicht, wenn sie tot ist, bevor die Attacke auch nur im Ansatz fertig ist. Da ist der Checkpoint. Eigentlich könnte ich die Folge jetzt hier beenden, aber wir machen den Rest des... des Levels jetzt noch dieses Mal. Allgemein, das kann eigentlich auch nicht mehr so lang sein. Wir haben schon übergelegt der Stage. Mensch, das kann mir keiner sagen. Die Eisgegner sind sogar fast ein Problem. Ja, außer du. Du bist nie ein Problem. Genauer gesagt kommt es auf die Definition von Problem an. Es ging schnell. Damit können wir dann auch schon weiter. Hier ist schon Speed. Das heißt, wir haben alle Geschwindigkeitsherzen. Es fehlt noch eins für Angriff und eins, äh, zwei für Defense. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass wir hier gleich neu hinbekommen wären. Es gibt mir ein bisschen zu viele von diesen Passagen, muss ich sagen. In der... In dem Modus. Der Koch ist dezent tot. So. Hier bekommen wir das vorletzte Defense-Herz. Das heißt, noch zwei insgesamt. Also von allen Sorten. Und das Große. Ja, ich hab definitiv das Gefühl, dass der Checkpoint hier ein bisschen nach der Hälfte war. Was juckt mich das? Warum soll ich da das Wasser nutzen? Hier wär's vielleicht ganz useful. Okay. Aber ich komm auch ohne gut klar. Seht ihr? Oh. Ich hab das Ding outspeedet. Damit hab ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, springt vielleicht nicht rein, ihr Keks. Okay, das war vermutlich für die, die, die... Zu schnell für den dummen Penner. Ja, es passiert, wenn man keine Talente... Okay, was mir grad einfällt, was die Stage bisschen strecken könnte, ist, wenn die, äh, Freundes-Stern-Passage noch drin ist. Allgemein die Flucht-Passage. Ähm. Ja, da versuchen sie noch ein bisschen zu verwirren, indem man nicht sieht, welche Art von Kanone das ist. Aber es ist allein vom Placement in der Regel offensichtlich. Die ist grün. Durch. Die ist orange. Zack. Und damit bekommen wir das Angriffsherz. Und dann sind wir mit denen für diese Stage fertig. Und ich glaub nicht, dass das lange auf sich warten lassen wird. Genauer gesagt wird es wahrscheinlich hier sein. Ah, ich brauch Wasser, Kecke. Äh, ich brauch Wasser, aber ich will keinen ablegen, muss ich aber. Die, die, die ist der dümmste. Hier, du weißt, was zu... Du bist dumm wie Scheiße. Ist das dein Ernst? So, letztes Herz. Ja, schön. Jetzt kommst du drauf. Das heißt, wir haben alle regulären Herzen gesammelt, die es hier gibt. Also, alle Statusherzen. Es fehlt nur noch das große. Und ich denke auch, das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also, gefühlt bin ich langsamer mit dem Zug, als wenn ich nur mal laufe. Läuft. Oder läuft eben nicht so. Wäre sonst ja schneller. Ha, komm mit. Äh, Freundesbrück-Passagebuch. Und weiter und weiter. Ich glaub, die ist umgebaut im Vergleich zum Original. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Aber scheiß drauf. Spannend ist sie so oder so nicht. Dann noch ein paar Gegner überrennen, die random im Weg stehen. Okay, der Sprung sah ein bisschen mies aus. Was verstecken sich hier? Ich denke mal ein paar Puzzleteile, weil ich, okay, ehrlich gesagt, nicht gedacht hätte, dass das Multiherz da dran gekoppelt ist. Obwohl, da gab's doch unten noch einen Weg, oder nicht? Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Herzen, alle Statusherzen dieser Stage gesammelt und werden dann wohl auch jeden Moment zum letzten Bosskampf kommen. Die Frage ist nur, ob danach die Luftpassage noch besteht. Also, weiter, 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 kann hier Tempo. Irgendwie sind wir noch nicht beim Boss. Kann das? Ja, okay, wir haben noch diese kurze Passage, wo wir uns noch wen mitnehmen könnten, wenn wir wollen würden. Aber nein. Updates rein. Wird wahrscheinlich nicht gerade schwieriger als die anderen. Warum wird die vorgestellt? Das wurden die anderen nicht. Okay, bisher ist der Kampf auf jeden Fall ein gutes Stück schwieriger. Prost! Ja, ja, der war ein gutes Stück schwieriger als die anderen. Und damit ist das Level zu Ende. Sehr schön. Das Puzzle hier ist auch vollständig. Das sieht... Ja, das kann ich auch. Das kann ich, glaube ich, auch noch. So. Ein paar Puzzleteile und damit war es das mit dieser Folge von Kirby Star Allies. Mit Stecki! Beim nächsten Mal werden wir diesen Modus, denke ich, abschließen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann. Und ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020